so leute wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zum nächsten kleinen video würde ich mal sagen ja leute wir nehmen mal wieder eine runde quick join auf ich hoffe da sind einige bei wir können ja mal gucken also viele leute sind gerade gar nicht online was ist das denn aber gehen wir einfach mal gucken leute ich würde mal sagen wir gehen erstmal 24 12 fuchs baby aha wir gehen dann mal rauf mal gucken was da passiert mal gucken was die so bauen überleben keine scheitern das ist klar das überleben natürlich kreativ wäre jetzt schöner das sieht ein bisschen gegrieft aus das haus finde ich oder nur kann jetzt graben kann schalter verwenden okay gucken wir mal wo die sind da hinten bauen die gehen wir da mal hin und kicken mal was die da so fabrizieren so wir sind in deren hallo was baue ich na sehen wir schon irgendwas nähen da sind sie so mal überraschen lassen überraschen 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 so hoch da sind die denn direkt vor mir okay mal versteckt sich leute auch nicht schlecht da ist ja nichts los da gehen wir dann mal runter da habe ich ja leider für euch nichts zum zeigen erst bei jemandem drauf den kenne ich nicht aber sein glück werde ich mal sagen oh leute das gefällt mir noch wieder mehr ist wieder eine stadt wie gesagt hier entsteht eine stadt allzu groß ist es ja noch nicht auch nicht schlecht der will mich da bestimmt rein teleportieren in diesem wasser ding der feiert sich bestimmt gerade übelst ja toll und jetzt sind wir hier drin und jetzt stellen wir eben halt mal kurz damit wir was zeigen können und die versuchen wir da immer wieder raus zu kommen bringt ja nichts hier kann es noch nicht mal sterben doch was haben wir denn hier überhaupt was ist das denn erhebe und so darf er nicht benutzen aha da fliegen wir schon mal dahinten sind auch irgendwelche interessanten wetzern schaltung sehe ich von weiten was baute denn hier das sieht mir nach dem jump in one aus ja komm wir lassen das mal lieber modi ist ja nicht der beste in jump in one was haben wir denn hier okay ist ja auch geil gemacht kann man da dann auch wieder raus doch da kommen dann raus ja haha oh gott ach hat sich hoch teleportiert ok ja Leute jetzt hat er mich weg teleportiert ich wollte eigentlich gucken aber wir gehen mal weiter gucken wir können hier raus hoffe ich ja Tür ist auf schlosshaus nice hat er raus da ist er doch er freut sich haha auch mal wieder eine runde quick join gemacht denn ja chillig 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 sieht auf jeden fall sehr sehr gut aus aber hier wird ja noch viel gebaut da ist noch viel los wir haben noch ein paar andere leute okay jetzt nicht mehr so viele wo sind die denn auf einmal alle hin passi naja passi gucken mal gucken was er da so baut er denkt sich jetzt auch was macht er hier abonnierst flügelmann auf youtube ok zieht die bild der 1 ok die denken sich jetzt auch was mal ehren jetzt hier ich brauchte nur ein schild ich will nur ein schild haben so leute da haben wir noch ein schild ja nicht ich hab kurz nicht geredet aufnahme da steht das doch schon und stalken die alle aha passi aha was überlegt er sich jetzt aha aber die bild ist auch nicht schlecht leute als born kann man auszulassen finde ich auch geil naja da gucken wir noch mal aber da hinten ist noch ein bisschen was gebaut da wollen wir gerne noch mal hingehen weil die regeln kennt ihr ja auch zu die bild falls du damit spielen willst kommen wir party dann kannst du dir dann das gut haben abholen ach guck mal mit echten geld spielen die das also spielgeld kennt ihr einige von euch schaust du gerade zu nein nehme auf nehme auf nein ich gucke nicht zu einfach nur auf ganz normal passiv kennst du mich doch das was hast du soll das ein auge sein oder was soll das sein leute sieht mir eher nach dem auge aus ich sage wir gehen jetzt nicht unbedingt in die gebäude rein aber das sieht mir schon nach dem auge aus die bonn oh mein gott da waren einige spieler allein baum ja so viel ist nicht aber weit gezogen hat er es glaube ich schon hier baut schon einer sein grundstück ja nicht schlecht leute nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht es lohnt ja ein wenig die kranz ich glaube da bin ich letztes mal runter geflogen mal gucken ob ich diesmal wieder runter fliegt ne guck mal hier kriegen wir schon eine karte das freut mich ja oh mein gott schmeiß nicht bitte nicht runter geil ey leute das ist auch mal ein geiler spawn oder nicht du kommst auf die welt spawns dann so einen raum und dann ist hier so eine riesen höhle oh mein gott was ist denn hier level 6 space level 7 an der see level 8 city level 9 dschungel level 9 halloween als optiker was hat er denn vor hier ist es so gesagt ein server den er sich hier rauf geholt hat oder was natur christmas alter leute ey wie geil ja leute wir sind unten alter muss ich sagen geil gemacht definitiv allein wie das hier oben aussieht ich kann jetzt nicht so viel zeigen aber heftig leute heftig ey das ist wirklich genial gemacht muss ich sagen definitiv hier gibt es so viel zu sehen ich weiß gar nicht wohin ich soll jetzt bin ich hier und jetzt christmas als optik ja moin ah da waren wir doch eben oder nicht wir sind doch da rüber geflogen ah jetzt verkacke ich ah was ist das denn jetzt ja da hab ich ok das war christmas jetzt gehen wir mal christmas hatten wir ja weihnachten das war auf warte mal geschlossen desert nein nein oh mein gott na fast hätten wir es schaffen können ey leute das finde ich mal wirklich interessant dieser server definitiv ja ich bin nicht mal schnell genug aber das ist wirklich interessant ey ja wir haben wir haben es leute perfekt deshalb haben wir aber wo geht es denn hier aus hä hä hallo guckt euch das mal an ey das ist wirklich heftig gemacht also sieht sehr sehr schön aus aber wo geht es denn hier raus ne ich sehe hier kein ausgang hm kein plan ja schade leute da können wir nicht mehr weiter machen aber egal gucken wir nochmal ob wir da noch einen haben weil da wollen wir jetzt echt lange drauf ne alles gut sind alle runter ja leute ich bedanke mich erstmal fürs zuschauen wir sehen uns auf jeden fall im nächsten video oder live stream euer modglia19 bis zum tschüssi korski